Tja, jetzt hat die gute Eule auch noch den Honig, wegen diesem geilen... ...mit Kreide gemalten Schwanz hier für Igor. Und wir sind jetzt alle hier, um wahrscheinlich endlich zu feiern, dass dieser Piss-Junge hier abgehauen ist. Herzlich Willkommen zu Disney's Venedepoo Part 3 auf dem Konfi-Kanal. Oh, das ist ein sehr fein-looking-Pot von Honig, das du da hast, Raoul. Tja, da gehst du ab, ja? Wir müssen erstmal hier dieses geile, bevor ich es vergesse, das geile Musikspiel hier finden. Oh, Honig-Töpf, sehr schön. Ja, ja. Ja, ja, ist gut. So, Trompete, zack. Da ist es doch. Komm her. So, was macht denn diesmal hier die Musik? Okay, solche komischen Aufziehboxen da. Ich weiß, ich bin gut, ich kann das. Wieso nicht in dem richtigen Wort? Bist du behindert oder was? Das war genau, das war auch schon beim ersten Mal mit diesen scheiß Fröschen im ersten Port. Da habe ich auch schon die richtige Reihenfolge genommen, aber das Spiel ist zu dumm, um das zu checken, ey. Na, auf einmal. Meine Güte, ich war auch letztens right. Ja, halt die Fresse und lass mich machen. Perfekt! Drecksspiel, ey. So, jetzt hätte ich fast nicht hingeguckt hier. Was? Das, das war doch richtig! Wieso ist das schon wieder falsch? Willst du mich verarschen oder was? Boah, kriege ich ja die Hitze hier. Das macht mich nicht irre hier. Das, das, das. Ja, 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 okay. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Das, 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 das. Warum nicht gleich so? Meine Güte! Hm, was ist ein Backsin? Oh! 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 Was sieht ein Maxim aus? Oh! Oh! Oh, oh! Oh, oh! 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 Steals honey? Oh, dear. We must save Christopher Robin. So Rabbit came up with a plan to trap the Baxon and rescue Christopher Robin. The friends would collect items that Baxons like and leave them in a trail to a deep, deep pit. When the Baxon fell in the pit, Christopher Robin would be safe. Congratulations! We can complete this page and earn the next page. To read the next page, click on the page button on the bottom right. So I can do the last part a bit time. Not that I can do the last part of the page 20. I can do the last part. And on schneiden, I have no idea. Back to the interactive map. How far are we then? Oh, we are now at 10. Sehr schön. Na, hier. Acht und neun. Zur neunsten müssen wir hier noch mal zurück. Jetzt sind wir erst mal sieben Bilder lang bei dieser Falle oder was auch immer das ist. Okay. While Rabbit and the others were off gathering in the Baxons favorite things, Pooh found a perfect base to the pit. Would you help Pooh set the trap? Ja. Das ist hier. Beide Mittelfänger oder Stone Cold Steve Austin, der sich hier vergraben hat. Hier. Stone Cold. Kann uns immer noch nicht helfen. Beide Mini-Spiele gibts hier auf dem Bild. Geile Scheiße. Eins haben wir schon mal gefunden. Hier ist unser extra Honigtopf. Ja, ja, ja. Bla, bla, bla. So. Wo ist das zweite? Hier. Sehr schön. Guck mal raus hier. Oh, mein. Du hast viele Beispiele, nicht wahr? Tja, komm. Mini-Game. Ach, jetzt kommt die ja vorne raus. Okay. Muss ich dann immer wieder auf ihn drücken, oder wie? Oh, mein. Du hast bestimmt viele Beispiele, was einfach immer hin und her wandert, ne? Genau. Komm, fangen wir mal mit dem Zahlen-Mini-Spiel an, ey. Das trägt mich wenigstens nicht ganz so auf wie die Musik. Scheiße da. Ja. Ich dachte schon, es kommen keine 3 mit raus, haben wir mal ganz seit unter der 4. Perfekt. Ich bin ganz erstaunt, dass Fraps dieses Spiel aufnehmen kann. Turn the Moon konnte Fraps zum Beispiel nicht aufnehmen. Das ist ja schon richtig Hightech hier. Gib her. Komm. Und das gleich in 3. Ja. Ah ja. Fünf Stone Colds gleich. Ja. Zack. 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 Okay. Sehr schön. Ja. Ja. Okay. Ja. Funktioniert doch. Wieso geht das sonst nicht? Na komm. Ja, bitte. Wunderbar. Jetzt kann man auch die Scheiße ausgraben. Komm, beweg dich mal. Ja. Hopp. Mach hin hier. Ja. Schöner Tag. Schöner Tag zum Graben hier. So. Befestigen wir die Decke mal noch nicht, dass sie hier wegfliegt oder so. Da jetzt. Oh. Oh. Aber etwas ist mir gebrochen. Tja, der Köder fehlt, mein Guter. Hm. Könnten wir vielleicht eine Sonnenbrille zum Köder nehmen? Oh. 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 Natürlich. Eine Pfanne von Honey. Die vaccine ist sicher, dass man das immer noch nicht will. und allen sagen, dass wir uns am Arsch lecken können. Wie wär's denn damit? Ich denke, ich würde es erst besser schmecken. Genau. Ja. Entfernt. Nur die steckenen Teile. Hm. Hm. Nun. Sie haben sicherlich mich gefüllt. Also es ist sicher, dass ich die Pfanne gefüllt. Oh dear. Ich habe ein bisschen Schlau gemacht, nicht wahr? Ja. Ich bin sicher. Vielleicht könnten Sie den Dördpillen, bevor Sie gehen können. Echt. Dördpill? Ach das. Hier. Mach weg die Scheiße. Zert querfrüber. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben diese Seite geklärt und gewonnen einen Honeypot! Um die nächste Seite zu lesen, klick auf den Turn-the-Page-Button auf der dritten Seite. Es ist Sonntagabend, der 14. Juni. Ich trinke ein Bier und spiele dazu Disney's The Winnie-Pooh. Und ihr so? Jetzt, dass die Freunde die Baxons favoriten Dinge getroffen haben, war es Zeit, sie über den Trail zu setzen, um die Baxons zu den Trappern zu setzen. Würde Sie helfen, die Ideen über den Trail zu setzen? Das macht das Spiel dann schneller vorbei. So, du kommst hier hin, du bist hier, die Decke hier und der Honig hier. Bitteschön! Ja, gib her! Ja, komm! Tja, äh, ein Saal-Mini-Spielhammer. Okay. Wahrscheinlich das gleiche wie beim letzten Mal. Oh mein, es ist eine schöne Butterfliege. Na, sowas. So, na, hier ist es doch schön. Aber irgendwo ist doch bestimmt auch wieder ein versteckter Honigpotter. Hallo, da. Hallo, da. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Mein Schenk? Komm, Ferkel, mach dich mal nützlich hier. Na, das kann doch nur gut gehen. Komm, spring drauf. Zack. Ich erinnere mich nicht, dass ich das überraschend dachte. Tja. Ist doch okay so, oder? Komm, wir hauen lieber ab oder so. Nicht? Na gut. Nein, es ist kein Geist. Oh, denk, 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 denk. Ich weiß. Ich werde dich unten in nur einen Moment haben, Piglet. Ja, chill. Ja, komm, stich dich neben dem Arsch. Komm. Ja, komm. Hallo, Piglet. Ich werde nur noch mal versuchen. Na gut, da. Komm. Ferkel mag es penetriert zu werden. Okay, Ferkel hat den Bienenstock auf dem Kopf und Pusa ist mit seinem Arsch auf den Bienenstock quasi. Ferkel hatte jetzt seinen Arsch, äh, seinen Kopf in Veni de Poos Arsch und ist damit durch die Gegend gerannt. Okay. Okay. Auf der nächsten Seite klick auf den Turn the Page Button. Okay. Gut. Ja. Sehr geil. Auf diese geile Vorstellung gehe ich mir jetzt erstmal den runterholen. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Bis dann. Gähnt. Du dich jetzt. Ja.